Ich befinde mich hier am unteren Hengstacketunnel in Stuttgart, Deutschland, wo ein seltsames Fahrzeug von der Kamera angefangen wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um die verlorene, gegangene Ladung von dem Zwischenfall, der sich auf der Bundesautobahn 81 letzte Woche ereignete. Wobei das Mehrwürdigste daran lässt sich jedoch erkennen, wenn wir das von der Tunnelkamera aufgenommen viel Material verlangsamen. Bemerken Sie das mysteriöse Licht, welches das Fahrzeug scheinbar verfolgt? Könnte sich hierbei um das gleiche Licht handeln, durch den der Fracht-Lkw letzte Woche abgehoben wurde? Die Art und Weise, wie sich die beiden Zwischenfälle abgespielt haben, gibt Rätsel.